Boah, ist das übelst, ey. Also, ich fand ja, Brand of Brothers fand ich ja schon mit der Steuerung schon echt extrem. Aber das Spiel, das ist doch das nicht. Voll ruhig. Ja, 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 warte, 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 ich hab vergessen, ich hab's vergessen. Alter, was ist das hier? Ich will das doch viel mehr hören. Dass ihr auch mal in Deckung gehen solltet. Aber ist das geil. Guck mal, die stehen da einfach. Der liegt jetzt auf den Boden. Ratino fallen. Überall explodieren Sachen, aber die bleiben halt hier. So ein bisschen Bruce Willis-mäßig. Irgendwann stirbt langsam. Ihr könnt mir gar nichts auch machen. Oh, Alter, verdammt. Und nochmal eine. Und speichern. Nach, nach. Das ist doch ein Gegner. Das ist doch die Mine schon. Ich hab mir zwei Gegner. Ich hab mir das für den auch gemacht. Fresse, ey. Oh, nein. So. Ich weiß nicht, wo ich her muss. Da muss ich lang. Aber warum hilft der mir denn nicht? Du hast den Fass, wenn er explodieren kann. Ich hab's sofort gesehen. Und dann treffe ich den nicht. Ist ja auch ganz klar, ihr... Weißt du was? Grenado! Grenado! Geil, ey. Richtig geil, ey. Hat das gehört? Boah, an die Leiter gesprungen. Und rüber. Jetzt schieße sie! Jetzt hab ich mal wieder so Entfernungen. Ach, der war das, der so am Schreien war. Wir sehen nirgendwo an, nachher. Weitliche Verstärkung im Anmarsch. Halten Sie die Augen offen. Oh. Halten Sie die Augen offen. Oh, oh. Das wär's jetzt, wenn sie jetzt gleich da steht. Ihre Kameraden wurden getötet. Ey, dann würde ich aber so lachen. Weil dann können sie auf einmal sterben. Das ist auch noch klar. Haben wir alle? Hoffentlich. Mal kurz nachladen. Deckung, bitte. Los, los. Ach, und einer von denen war ich jetzt gerade. Bestimmt der da. Racer 6-4, geben Sie uns Deckung, während wir eine Herzenprobe sicherstellen. Lassen Sie sie nicht so nah an uns ran. Gut, waren das alle? Drei Leute nur in dem LKW. Ne, da kommen noch mehr LKWs. Ist ja ganz klar, dass man nur drei Leute mit, damit ihr transportiert. Das machen wir aber jetzt alle. Auf was schießt ihr eigentlich? Man muss jetzt noch laden. Und speichern. Genehmigung erteilt. Sie haben grünes Licht, Delta 3. Ich wiederhole, Sie haben grünes Licht, die Anlage zu zerstören. Machen Sie sich auf den Weg zum östlichen Rand der Basis. In den Lagern dort müssen Sie Sprengstoff hin. Auf. Ich habe überhaupt hänglich, wenn wir es sehen. Doch da ist er. Na gut. Ah, jetzt bin ich wieder die. Sie haben sie gehört. Bewegung. Racer 6-4, geben Sie uns Deckung. Boah, Alter, wie lange wäre das? Ich werde sofort immer getroffen. Geben Sie uns Deckung. Wiederhole, geben Sie uns Deckung. So. Weiter geht's. Waren wir jetzt nur drei Gegner. Es ging ja noch natürlich. Oh, fuck. Wo kommt der denn? Mann. Geben Sie uns Deckung. Na los, Bewegung, verdammt. Noch mehr Gegner. Kommen, Racer 6-4. Geben Sie uns Deckung. Wiederhole, geben Sie uns Deckung. Spass, da kann ich besser mitziehen. Der Vorricht. Das war knapp. Nur eine dritte und nochmal speichern. Noch einer. Boah, Alter, ist das nicht schwer zu treffen. Puff. Das merke ich sogar. Sicher. Ey. Also, naja, gut. Also, wie gesagt, als Sniper ist es hammergeil. Aber sobald man hier als normaler Marine oder als Special Force Typ hier rumläuft, finde ich das echt scheiße. Jetzt auch wieder von allen Seiten. Alter, wo kommt die denn immer alle her? Oh, oh. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Alter, ist das. Dann wollen wir mal eine Granate. Guck mal jetzt. Das hab ich sogar gemerkt. Von dem Deck gibt er uns keine Deckung. Dann mach doch mal was, ey, Alter. Oh, ich werd immer nur getroffen, ey. Meine Typen, die stehen da einfach... Einfach so hoch, wie sie grad lustig sind. Und ja. Ich hab's gesehen. Oh, da ist mir die... Hm, ich hab das nicht gemacht. Bei uns bestimmt ein Konflikt zu haben. Sehr schön. Nein. Ich behalte lieber meine. Und paar Granaten auch noch. Äh. Was geht ab? Ich schieße die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Wir haben den Sprengstoff. Ah. Wiederhole. Wir haben den Sprengstoff. Wir bringen die Ladungen jetzt an. Razor 6-4. Geben Sie uns Deckung. Boah, wie der rumschreit. Wie der rumschreit. Ah, da muss ich ihnen wieder rückliche Entdeckung geben. Speichern. Feindliche Fahrzeuge nähern sich. Kümmern Sie sich darum. Alles klar. Welche, die da hinten oder die? Der meint bestückt die. Was soll ich denn machen? Da kommt noch mehr. Ich schalte sie aus. Wir haben die Kontakt. Was ist denn? Bein? Sterben sie nicht. Okay. Ja gut. Bein verliebt. Ein Schuss ist ja auch nicht ganz so. Alter, hab ich den geil abgefeuert. Den Schuss. Anderson. In Deckung. Lade nach. Waren doch alle oder nicht? Du? Muss ich runter? Muss ich da hin? Nee, glaub ich nicht. Was soll ich denn jetzt hier machen? Warum muss ich doch vielleicht runter? Weiß ich. Soll ich jetzt runter? Nö. Runter muss ich nicht. Oder das Spiel hat sich wieder aufgehangen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hat er nicht? Aber ich sehe aber auch kein Gegner. Gerade aus. Oh Jungs ey. Das kann doch nicht wahr sein, dass er schon wieder abgeschmiert ist ey. Das hat so schön funktioniert die ganze Zeit. Und jetzt laufen die einfach nicht. Ich könnte auch einfach ein bisschen anschließen. Okay. Ladden. Da ist es. Oh wir haben schon 0.07 Uhr. Schlafen Zeit. Okay nochmal. Feindliche Fahrzeuge nähern sich. Kümmern Sie sich darum. Alles klar. Ich mach. Da kommen noch mehr. Ich schalte sie aus. Wow. Da hab ich ja jetzt gar nicht recht, dass das jetzt gut klappt. Da ist auch noch einer. Ich sehe ihn. Ah von da oben. Kacke. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Boah wie viel. Hä? Wir haben kreisliche Aktivität. What? Ich probiere jetzt auf einmal her. Helfen Sie an. Wiederhole. Greifen Sie an. Da war noch welche. Scheiße wir werden angegriffen. Brauchen Unterstützung. Da eben auch eigentlich gar keine Unterstützung. Was sagt der denn da nur so? Wir stehen unter schweren Beschuss. Brauchen Unterstützung. Wiederhole. Wir brauchen Unterstützung. So. Jetzt war es das aber. Oder? Ich kann doch nicht so viele Menschen umbringen. Da muss ich dann mal wirklich in die Kirche gehen. Weitere feindliche Truppen aus östlicher Richtung. Sie haben den Bagger erreicht. Schalten Sie sie aus. Racer 6-4. Oh. Ohne den. Alter. Racer 6-4. Wir haben feindliche Aktivität. In östlicher Richtung. Greifen Sie an. Wiederhole. Greifen Sie an. Ja, habe ich doch. Ah, jetzt geht sie nach oben. Springladung ist bereit. Los. Verziehen wir uns. Na los. Ich? Bewegung. Die Türke hoch. Los. Ich bleib hier stehen. Pff. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Oh, voll episch, ey. Ha ha ha. Oh. Oh, sowas habe ich noch nie gesehen, ey. Ha ha ha. Alter. Wie im Film. Oh, wir haben es geschafft. Und ich in der Mitte, ey. Ha ha ha. Oh, geil, ey. Und richtig cool gemacht. Ha ha ha. Oh, gebündelte Zeit. 30 von 53, nee, von, boah. 53 Sekunden Geheimnisse gefunden. 2 von 3. Genauigkeit 37,19%. Kopfschüsse 22, Gehilfs 98. Boah, 98 Stück. Neues Geheimnis gefunden. Der Jäger und seine Beute. Die Störung der Mine hat das Regime geschwächt. Nun ist es an der Zeit, ihm den Todesstoß zu versetzen. Razer 6-4 wird die Sache zu Ende bringen und General Vazquez ein für allemal aus dem Verkehr ziehen. Es ist soweit, Razer 6-4. Sie müssen sich durch die Ruinen vorarbeiten, ihre Position erreichen und die Zielperson eliminieren. Sie dürfen nicht entdeckt werden, sonst entkommt er. Wenn Sie auffliegen, ist die Mission gescheitert. Oh. Rücke vor. Okay. Ich versuche es. Er wird jetzt auf jeden Fall mehrere Minuten dauern. Gut, den ersten haben wir. Jetzt fehlen nur noch 1000 Stück. Das ist die Ruin, wo wir im ersten Level drin waren. Wir sehen uns das im Leben hin. Wir sehen uns das stadium. Wir sehen uns das, wenn wir die Ruin voromasi Bridge. Wir sehen uns ja auch von dem anderen Luigi in die Ruin. Was verde callet darрат her. Wir sehen uns da!